Musik Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem Samstagstutorial wieder einmal mit Cinema 4D und heute werde ich euch etwas ganz besonders tolles zeigen und zwar wie ihr ein derartiges Bild oder diese Kugel so verändern könnt jo, dass sie halt so aussieht, nicht wahr? das könnt ihr dann als Desktop-Hintergrund oder als Bildruf und Ausdruck verwenden dann machen wir uns mal ran an den Speck zunächst einmal öffnen wir natürlich Cinema 4D so haben wir es dann geöffnet und wir brauchen für das heutige Tutorial insgesamt drei Materials einen Boden, eine Lichtquelle und eine Kugel wir erstellen uns als erstes einmal den Boden einfach draufklicken hier auf das Licht und dann auf Boden so würde ich gleich mal beginnen damit, dass wir uns erstmal die Grundobjekte, die wir haben aufbauen hier und anschließend mit dem Materials versehen dazu geht hier folgendermaßen unter Rändern auf dieses Objekt wir brauchen nämlich eine Kugel so, diese Kugel wird gleich in den Modus und angeboten, damit wir sie verschieben können wir schieben sie auf jeden Fall mal hier, so dass sie über dem Boden schwebt dann zoomen wir uns mit der Mausratstaste nach draußen und erstellen genau beim gleichen Menü eine Ebene diese muss nun über die Kugel ich könnte einiges über die Kugel schieben ungefähr so jo, so würde ich es mal machen so und jetzt fehlen uns nur noch die Materials dafür dafür geht ihr unten hier ist gleich euer Fenster normalerweise geöffnet für Materials auf Datei und neues Material oder CTRL plus N erstellen wir uns einfach mal gleich drei Materials wie schon gesagt, wir brauchen ja so viele das erste Material passt perfekt das muss genau so sein, wie es uns da als Standard geboten wird und dann ziehen wir es das einfach auf den Boden damit der so eine graue Färbung hier annimmt können wir das vielleicht ein bisschen höher schieben, die Kugel klicken wieder hier rein und machen einen Doppelklick auf unser Material Nummer 1 was eigentlich das zweite ist, aber es ist halt so beschriftet und da machen wir uns jetzt das Material für unser Licht denn diese Ebene, wo ich hier hochgezogen habe über die Kugel, soll unsere Lichtquelle sein kleiner Tipp von mir das Licht, was sie euch da anbieten ist nicht wirklich das wahre ähm ich finde besser, ihr gebt Objekten eine gewisse Leuchtkraft damit ihr dort etwas erhält in dem Programm also müssen wir uns jetzt die Lichtquelle basteln ihr seid gleich auf Farbe und da könnt ihr erstmal alles so lassen also relativ entspannt dann klickt ihr runter auf Leuchten wählt das aus und nachdem ihr hier alles auf 255 gelassen habt klickt ihr hier auf 138 oder machen wir 140 also so ein bisschen höher halt als 100 Glanzlicht kann man so lassen und dann haben wir eigentlich schon unsere Leuchtkraft die können wir gleich auf diese Ebene dort oben ziehen und sehen, es wird beleuchtet wenn wir das jetzt rendern dann sieht das jetzt noch relativ schwach aus einfach so also brauchen wir noch was für die Kugel bedeutet, wir haben ja noch das dritte Material hier das müssen wir jetzt bearbeiten das ist eigentlich der Kern der ganzen Sache später auf Farbe wenn ihr auf Farbe seid, wählt ihr dort irgendeine Wunschfarbe aus die ihr halt gerade so wollt sagen wir mal, wir wählen uns rot aus nehmt da ruhig einen bisschen kräftigeren Ton hier jetzt haben wir uns rot ausgewählt da könnt ihr wählen, was ihr wollt dann brauchen wir als nächstes eine Spiegelung die Farbe ist weiß also alles auf 255 einfach so lassen doch brauchen wir eine Textur geht ihr hier drauf auf diesen kleinen Pfeil und wählt Frasnell aus unter Farbverlaufen über Neues jetzt wird euch hier das so angeboten und man sieht gleich die Veränderung doch wir wollen es etwas heller hier oben haben also macht ihr einen Doppelklick auf dieses quadratische kleine Fenster und zieht euch diese kleinen Punkte in der Mitte ziemlich weit nach oben also das hier jetzt nicht so extrem ist ihr könnt das da auch noch etwas nach oben mit Grau machen also so dass hier beinahe ganz ja ganz weiß ist geht ihr hier so drauf und ja habt eigentlich alles hier unten weiß und da oben heller dann braucht ihr noch das Glanzlicht das ist automatisch schon ausgewählt geht ihr einfach nur noch drauf und lasst das eigentlich alles so auf Plastik würde ich lassen bei Metall da wird es ein bisschen verdunkelt und so sieht nicht so toll aus wenn ich für das jetzt was ich vorhabe dann müsst ihr noch auf Displacement klicken und jetzt passt gut auf denn ihr müsst eine Textur auswählen und zwar Tiles Tiles wie auch immer Oberfläche und Tiles unter Sternenfeld könnt ihr es hier sehen also auf Textur auf den Pfeil dann Oberfläche Oberflächen der Plural und auf Tiles so sieht es hier aus wie so ein Schachbrett und es bekommt gleich solche nach außen stehenden wie so langgezogene Würfel ist auch egal jetzt habt ihr das auf jeden Fall mal alles so ausgewählt und seht hier unten hat sich das Fenster jetzt leicht verändert ihr könnt nämlich hier draufklicken das sollt ihr auch machen und alles auswählen außer auf resultierende Geometrie projizieren das macht dann einfach nicht hier oben haben wir noch was vor da müsst ihr nämlich die Stärke etwas reduzieren auf 80% und die Höhe erheblich steigern auf 160 cm dann habt ihr jetzt alles was es natürlich anbelangt schon getan und könnt es einfach auf eure Kugel ziehen wenn ihr das jetzt allerdings rendert hat sich ungefähr nichts getan deshalb müsst ihr hier oben seht ihr es hier draufklicken also diese orange Kugel sieht man da zwei Pfeilchen dazu und eine Kugel die in mehr Segmente aufgeteilt ist wenn ihr das jetzt so umgewandelt habt könnt ihr euch das alles mal ansehen doch es fehlt immer noch etwas es braucht zwar ein bisschen länger zum rendern aber es sieht noch aus ja einfach nicht besonders toll deshalb müssen wir jetzt Global Illuminations hinzufügen den Effekt das könnt ihr aber nur wenn ihr oben auch bei diesen Klappen Video Klappen auf das ganze rechte klickt ihr seht ihr seht es hier dann auf Effekte also alles einfach so lassen auf Effekte über dem Render vor Einstellungen und dann könnt ihr einiges auswählen und wir wollen Global Elimination also globales Leuchten das wählt ihr aus lasst das alles mal so und habt es dann mal wenn ihr es jetzt rendert braucht es schon ewig lang also es kann bis zu drei Minuten dauern den Teil überspringe ich jetzt mal und zeige euch dann das Endergebnis so es hat es jetzt fertig gerendert ging relativ schnell in einer Minute nicht mal und so ist dann euer Bild also würde ich jetzt ein Bild da wirklich davon machen einmal würde ich mich jetzt näher her zoomen ich zeige es euch mal ungefähr so bisschen das verändern und so ungefähr jetzt zeige ich euch noch wie ich das speicher ihr geht hier auf diese Render Voreinstellungen hier einmal drauf und könnt euch dann wo wir vorhin auch Global Illuminations hinzugefügt haben erstmal die Ausgabe einstellen dafür würde ich meine Bildschirm Abmaßungen verwenden einfach 1920 mal 1080 normalerweise ist ja 1080 mal 720 aber ich will mir dann Hintergrund für meinen Desktop nehmen und ja das passt halt so am besten jetzt müsst ihr darauf achten auf aktuelles Bild dass ihr dort drauf geht dann gehen wir noch auf Speichern und dort müsst ihr ein Format auswählen da würde ich euch jetzt empfehlen einfach falls ihr QuickTime habt ein QuickTime JPEG zu nehmen ja dann könnt ihr es also lassen sucht euch hier mal einen schönen Ordner aus einfach ich speichere das einfach hier rein unter neu speichern passt so und dann klickt ihr auf die Mitte hier dann wird es für euch gerendert in der Auflösung wo ihr es eben gerade haben wollt und gleich in euren Ordner gespeichert weil es jetzt schon ein bisschen lange gedauert hat das Tutorial und ich es unter 10 Minuten halten will überspringe ich jetzt den Teil und zeige euch einfach wie ich schon gerendert habe in meinem Bild so sieht es dann ungefähr aus ihr könnt euch das Material oder den Klotz noch irgendwo hin verschieben und sowas und natürlich andere Farben habe ich auch noch als Beispiel hier vielleicht hat ihr es schon gesehen ich habe es auf Google Plus nochmal hochgestellt das Bild hier könnt ihr in jeder erdenklichen Farbe machen so ich hoffe ihr fandet es interessant und ist ja ganz witzig was man so da alles draus machen kann also Cinema 4D hat unendliche Möglichkeiten ich hoffe ich kann bald wieder ein Cinema 4D Tutorial machen weil ja eben wegen den unendlichen Möglichkeiten also da gehen einen die Ideen nie aus eigentlich wie bei Photoshop und jo jetzt würde ich euch noch empfehlen eben auf mein Google Plus Konto zu schauen und auf meine Website weil ich dort immer die neuesten Sachen poste und dann seht ihr mal ein bisschen so was ich sonst noch alles gemacht habe schaut euch meine restlichen Videos noch an wo ich so gemacht habe vielleicht interessiert euch ja was dabei würde mich auf jeden Fall sehr freuen wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet jeden Samstag und Sonntag euer Google sagt Adios